Ich muss mal kurz die Sitzung wieder verlassen und neu joinen. Ich kann nämlich exakt nichts machen. Oh, wow. Gut, dass wir das schon vorher getestet haben, nicht wahr? Nee, das war mein Fehler. Ich hab meinen Display Adopter geschlossen. Und deswegen wollte der nicht. Äh, oh, gut, ich hab das Team Warum hat das Team Overlay weg, wenn es Freunde einladen? Ich würde wahrscheinlich den Lieben Herrn Knuddel bestätigen. Sie haben Herr Knuddel eingeladen. Geil. So. Während das fällt mir auch. Ich wollte nicht was an den Fabian schreiben. Nee. So. Samtli. Hi. Hallo. Nebenbei muss ich auch mal äh... Danke Windows, dass du mich nervst. Ja, wenn du auch nervst, ist immer ganz einfach. Kannst du dich bewegen? Äh, ich kann mich bewegen. Sonst wäre ich nicht mal hier. Wunderbar. Wir waren... Also ich war hier und hab gesucht. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Du hast die Parts geschnitten. Was hab ich das letzte Mal gemacht? Äh, ich und Parts geschnitten? Keine Ahnung. Ich weiß es nur, weil ich, äh, war ich sehr anhand des, ähm, der letzten Seite, die ich offen hatte, bezüglich den... Oh. Was... was haben wir gebraucht. Na dann muss ich wohl mal wieder Edge öffnen auf meinem Tablet. Und was hast du machen kannst? Also... Was denn? Follower... Ich bin grad hier am Fliegen. Bist du das? Verrückt. Nein! Ich will nicht den Standardbrowser ändern. Dankeschön! Ich will mehr Zeit auf dem Land verbringen. Abtauen! Ah, stimmt. Ja, du warst im Abtauen schon. Dank Kratz! Dann Kratz nicht. Ja. Abtauen, das ist exakt die ganz andere Seite. Genau dort. Das Nobelviertel, ne? Ja. Nimm dir am besten in Zug und fahr zur Haltestation dort. Ach, warte... Nein, das nicht. Nein! Ich... A und B ist mal wieder... Oh, mein Bild ist schwarz geworden. Wow. Night again. Ey, und du bist gerade im Pausenmenü für mich. Entschuldigung. Tschaui. Ich gehe nochmal raus. Leute, man hat sogar perfekt gesehen, wie du... wie deine Stadt entladen wurde. Was ist hier eigentlich noch zu erledigen? Da musst du schauen. Gibst du mir erstmal einen Invite? Weil der Invite expiert immer, nachdem ich ihn einmal benutzt habe. Das ist normal. So. mein Boss hat sich tatsächlich auf eine Lohnerhöhung eingelassen. Jetzt verdiene ich... Ah... Bonk. Nein, das Spiel ist überhaupt nicht verpackt. Nein. Ah, Lego City! Goddammit. Stressig. So, weil ich war bei den Charakter-Tokens. Okay, also... Ich brauche das Ding. Das Ding. Just Ding. Das Ding. Und ein paar Köpfe. Ich habe keinen Bock auf Köpfe. Du kannst dir aber auch mal machen. Ah, hier sind zum Glück nur elf. So. Dann. Oh, ein Geldding. Dann mal gucken. Das Geldteil ist... Nein. Hier. Dann. Ähm. Ach, stimmt. Ich... Ich... Ich habe... Wir haben nur noch einen... einen Charakter-Token hier. Hä? All right. Ich musste ja da ja irgendwie hoch. Ja, jetzt aber los. Gibst du eine Erklärung zu diesem Geld... ATM? Look for the on the side of a building to the east. Du bist nicht mehr im Nobelviertel. Oh. Jetzt schon. Ah, da. Hey, Brudi! Hey, Brudi! Danke, Brudi. Cool. Der ist erledigt. Dann brauche ich jetzt mal den. Stein. Der Stein heißt boulder. Boulder destroyed. Destroy a pile of boulders near some stairs at the docks. Oh, ist das der boulder? Der boulder? Der boulder? Der boulder? Der boulder? Bowling! Das ist das Ding. Wo bist du? Oh je. Zahnarzt. Ich weiß wohl hier zu sein. Naja, gut, dann. Fahr ich mal mit einem schmalen Wagen da hin. Nee, ich glaube, das war auch ein... Nee, das haben wir. Ein ganz schmaler Wagen, ne? Oh ja. Mit dem ich. Emine, er ist schmal. Er ist halt nur lang. Oh, du bist ja ein ganz kleiner Wagen vor allem. Ui! Oh, Scheiße. Alter, der hat viel Leben. Wenn ich irgendwann Führerschein mache, sollten mein Fahrlehrer und so niemals meine Streams hier sehen, wo ich Lego City spiele. Na, Scheiße. Oh, einfach alles komplett wegrahmen. Ach, gefunden! Geil! Was mir übrigens aufgefallen ist, jedes Mal, also wirklich jedes verkackte Mal, wenn wir versuchen, Lego City irgendwie aufzunehmen oder zu streamen, haben wir ein anderes Problem. Kann durchaus sein, ja. diese tolle Dingens da oben. Ich bin voll recht. Ich habe Fragen. Juhi. Ui. Man muss zwar spammen, aber das hier. Juhi. 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 Es gibt nicht mal einen Feuersound. Boing. Ja, boom. Okay, Frage jetzt, wie komme ich da jetzt noch da oben? Keine Sorgen. Keine Sorgen. Die Platzpause ist gleich vorbei und dann arbeite ich weiter. Juhu. Juhu. Da. Was für ein Sandwich esse ich denn heute? Haben wir hier diese Pflanzen schon gemacht gehabt? Es gibt da keine Pflanzen. Juhu. 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 so Beete drüber. Ja, true. Juhu. Stimmt, das ist mit da. Okay. Oh. Oh, soll man echt hier mit dort drüben raufkommen? Moment, wie heißt das Ding, das Trick conquered? Juhu. 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 Ist das? Juhu. Kachen könnt eh besser fliegen. Können besser klettern. Also fliegen. Bitte entscheiden sie sich. jetzt. Nein. grüß dich grüß dich gott dieser scheiß sound hier kreuzi servus und hallo mobil live dashboard bot danke twitch mobile und weiter so bot danke google fit für den echt schnorke von euch beiden sollte ich machen nee solltest du nicht machen das ist eigentlich genau das was man nicht machen sollte aber er ja ja warum habe ich bei steam mit benachrichtigung ist also ein zweites fenster offen aber halt da auf mann nicht immer wahrscheinlich einmal main fans darf und einmal den chat zwischen uns beiden das fenster ist beim auch im moment darf ich mal gucken es ist das jetzt zwischen uns beiden ja ich hasse das und wie zum kommt man da hoch meinst du hoch auf das building gehen sie dahin wo die ganz vielen farbwechsler sind und da es wirst du dann schon sehen muss einmal geradewegs durch durch die farbwechsler ach da dieser eine ding weg ich war schon überlegen ob ich dahin will aber nee habe ich nicht getan warum weil ich ein depp bin ich dachte bis steffung schließt sich nicht aus ich weiß dass ihr ja so dass sie da sehr oder kontext und so sehr gut wenn er da wäre ja gut heißt nicht dass er einfach auf das video klicken kann wobei ich weiß nicht ob er meine videos schaut wahrscheinlich nicht meine generell wer schaut denn schon meine videos sag einfach mal so ja so nicht in der tat ich war ich gehe mal davon aus dass das auch fertig ist die yellow signs bin ich mir relativ sicher dass ich die auch habe das stimmt da müssen mitten jetzt packt hoch genau so ich habe nicht gelacht nein nur nicht es ist noch eine scheiß ansicht aber wo ja wir kommen den hundert prozent immer näher wir haben jetzt 71 5 wann war es auch schon 71 schweinchen dann rum und dann denken weil die bike blöcke muss ja auch noch gemacht werden ich bin gerade eh auf der suche nach dem nach dem letzten charakter token der schweinchen ist da bei mir wurde angezeigt rote wird erstellt ich habe das überlebt andere frage wie kommt man da hoch da auf das museum ich kann da hingehen gehe da ist auch noch die andere sache die ich machen muss ich kann da hoch okay das ist 15 der clip ja innerhalb davon ich binitchens ist einfach nicht bekannt also ich kann unbedingtidente Clip. Ja, keine Ahnung, warum ich den Bibliotheksjob nicht bekommen habe. Hm, vielleicht das nächste Mal nicht so schreien? Nee, keine Ahnung. Uh, Drillthrow. Glide over to the top of the museum of, from the art museum. Ich fühle mich gerade leicht verarscht. Naja. So, nächster Wagen. Oh, der hat keinen Nitro. Gibt es irgendwie eine Quest, dass man mit allen Fahrzeugen einmal gefahren sein muss? Nö. Aber es gibt eine Quest, dass man sozusagen mit allen Dingern einen Custom haben soll. Also den Custom auswählen muss. Dass man da den Custom-Ding auswählen muss. Den Custom-Avatar. Bei allen Teilen. Ach so. Oh, ich meine jetzt bei den Fahrzeugen. Äh, nö. Da glaube ich, weiß ich es nichts von. Gib zu, es ist witzig. Ich meine, wenn du gerade mal das Archivit machen möchtest, kannst du ja gerade mal bei allen den, äh, kurzzeitig den Custom auswählen, oder? Ja. Ich bin, nehmen wir mal, hier ist eins gebaut. Ich gehe jetzt mal den Weg ab. Bäume zerstört und dafür muss, da ist auch eins gebaut. Und dort hatte ich auch eins gefunden. Und hier sind die, die Feuer sind, sind die Feuer wieder an. What the fuck? Oh, right. Man kann ja auch meistens mit so einem, äh, mit einem Heli oder so direkt da hochgehen. Ja. Wenn das mit dem Ding nicht klappt, dann nehme ich einen Heli. Das hier ist aus. Das dort ist aus. Aber das hier ist... aus. Das war's für heute. 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 Nein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.